Das sind aber dicke Wolkenwände in dem Bild, Sir. Sehen aus wie die Vorläufe von Tornados. Luke erkannt, Bravo, dass die Suchte Schutz, also über Funk, um Hilfe gebeten wurde. Ich gehört habe, wird Propwash Junction manchmal von kleineren Wirbelstürmen heimgesucht. Ja, das passiert immer wieder. Aber diesmal herrschte hier fast Land unter. Mayday, Mayday, meine Traktoren sind draußen und ich kann sie wegen der herannahmenden Tornados nicht retten. Kannst du mir helfen, dass die... Klar, Pete. Die Tornados sind gar nicht so schlimm. Ich sehe, was ich tun kann. Hey, du solltest meinen Traktorenfangmagneten holen. Ich habe ihn wohl draußen gelassen. Er könnte dir nützlich sein. Danke, Pete. Den kann ich gut gebrauchen. Komm schon. Puh. Jetzt kann ich die Traktoren aufnehmen und in Sicherheit bringen. Gut gemacht, Dasti. Ich hatte vergessen, das Scheulentor zu schließen und alle Traktoren sind rausgerollt. Auch meine preisgekrönte Backdie. Gut gemacht, Dasti. Du hast einen meiner Traktoren gefunden. Jetzt bring das gute Stück in Sicherheit. Verstanden, Pete. Noch ein Traktor in Sicherheit. Gut gemacht, Dasti. Aber Vorsicht. Hierher wird in der Luft immer etwas schwierig. Die Traktoren sind es nicht gewöhnt, durch die Wolken zu gleiten. Eingesammelt, verpackt und geliefert. So einen Service kriegen die bestimmt nicht alle Tage. Du machst das prima, Junge. Bei dem musst du auf deine Reifen auffassen. Der knabbert alles an. Noch ein Traktor in Sicherheit. Echt? Oh, Dasti. Das bist du ja. Der alte Pete hat sich furchtbare Sorgen gemacht. Dasti, bitte bring meine Mädchen an einen sicheren Ort. Nicht gut. Dasti, du bist in Sicherheit. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, Dasti. Ähm. Pete, ich glaube, das Wetter wird schlechter. Sieht so aus, als wäre die ganze Stadt in Gefahr. Na, warte, Dasti. Vielleicht kann ich mit meiner neuen Erfindung helfen. Geh zum Flugfeld und hole meinen Tornado-Entschärfer. Deinen. Was? Meinen Tornado-Entschärfer. Das ist ein Luftlaser, der die kühle, nach unten sinkende Luft eines Tornados erwärmt. Hab dich. Mal sehen, ob du auch funktionierst. Okay, ich muss das Ding nur in die Tornados reinfeuern. Na, hoffentlich klappt's. Oh, nein! Bingo! Super! 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 Ich muss die Windhosen stoppen, bevor sie alles zerstören. Es funktioniert! Es funktioniert wirklich! Du hast es geschafft, Asti! Mann, du hast echt was Gutes bei uns! Kein Problem, Pete. Hab ich gern getan. Zum Glück sind alle in Sicherheit. Jungs, ich habe mich hier draußen etwas aufgerieben. Ich glaube, ich brauche Landehilfe. Keine Sorge, Asti. Wir kümmern uns um dich. Puh! Ach, geschafft! Wenn Dasti Pete nicht mit den Traktoren geholfen hätte, wäre der Tornado entschärfer und mit ihm die ganze Stadt verloren gewesen. Dasti hat wirklich Mut bewiesen. Wir haben hier ein paar Rekruten, die sich echt eine Scheibe von ihm abschneiden können. Rekruten 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 Rekruten